Willkommen zum Q&A. Wir zwei geilen Weihnachtstypen, wir werden jetzt eure Fragen beantworten dir ab. Danke erstmal fürs Mitmachen, dass ihr uns da aus der Patsche geholt habt. Dann möchte ich natürlich auch nicht vergessen, die laufende Aktion anzuteasern. Wir bekommen ab sofort bei Smilodox 30% auf alles bei einem Mindestbestellwert von 80 Euro. Bekommt ihr den geilen Rudi Rocco, der so beliebt war. Viel Spaß beim Sparen, viel Spaß beim Shoppen und Rabattcode Chris nehmt ihr. Aber zuerst nehmt ihr Rabattcode Heiko logischerweise. Dann fangen wir mal an. Erste Frage, Playboy Willi hat die Frage. Der stärkste Typ den du kennst, gemessen an den bewegten Gewichten. An wen geht denn die Frage? Ich geb's einfach mal an dich. Wo im Allgemeinen? Deutschen? Du musst dir ganz klar sagen, Heiko Kalbauf. Also ich für mich sag mal Leonidas. Fällt mir jetzt spontan ein. Der ist brutal stark, der Junge. Der ist schon krass unterwegs. Dann hast du natürlich noch ein paar Strongmen. Das ist aber was ganz anderes wieder. Aber die Leute, die sich mit Bodybuilding beschäftigen, da würde mir jetzt Leonidas Akronas einfallen. So Manuel möchte ein Stack wissen. Also mein Stack ist sehr bescheiden momentan. Ist ja gar kein Stack. Ich mach THT. Und bei dir? Muss man nicht verraten. Und lass mal weg. Ich hab gesagt, ich bin auf THT. Deswegen sehe ich auch so gut aus zur Zeit. Mir geht's wieder besser. Ist tatsächlich so. Und ich mach das auf eigene Verantwortung, weil die Ärzte um mich rum Katastrophe. So die Katastrophe. Deswegen müssen wir das selber machen. Servus Heiko, coachst du noch? Ja, ich coache noch. Wer Interesse daran hat, kann nach freien Kapazitäten fragen unter teamkaibach.web.de. Weil das beantwortet euch dann mein Assistenzbüro. Weil ich hab da gar keinen Einblick, wie und was da momentan läuft. Dann haben wir den Lukas, der sagt, Masse und Pralität. Was ist das jetzt für eine Frage? Danke erstmal für das Mitmachen trotzdem. Heimatliebe sagt, macht er nie eine richtige Off-Season? Ist immer brutal in Form. Vielleicht zu dem ersten Teil der Frage. Macht er nie eine richtige Off-Season? Den kannst du ja direkt beantworten, weil ich glaube, er ist gerade Off-Season. Ja, so bei 7.500. Ich weiß nicht, wo ich hoch gehen soll. Also bin ich schon relativ gut bedient. Training läuft, wird stärker. Und ja, ich darf mich auch bei meinem Stoffwechsel bedanken, dass das so aktiv ist. Ja. Oder was ist das Schluss dazu? Naja, also laut deinen eigenen Angaben bist du ja jetzt 17 Kilo über Wettkampfgewicht. Das ist eigentlich Off-Season. Auch wenn es nicht danach aussieht. Er haut sich so circa 7.500 Kalorien momentan im Kopf. Relativ sauber. Und ja, als Ausnahmeathlet, was das angeht, definitiv. Weil ich habe das vorhin schon in einer anderen Runde gesagt, bei 7.500 Kalorien würde keiner so aussehen. Keiner. Und ich denke mal, ich war Off-Season auch ungefähr so bei zwischen 7 und 8. Roundabout. Hab jetzt nicht ganz so sauber gegessen wie er. Weil ich muss schon mal vom Körperchip angehen. Also genau. Ja. Aber wie gesagt, bei ihm ist es ist die Off-Season. Das ist die Antwort. So, ab wie viel am Tag HGA sollte man mit Insulin arbeiten? Nächste Frage. Welche Muskelpartien siehst du als Schwäche bei Chris an? Na ganz klar die Beine. Das ist logisch. Aber braucht er ja in seiner Klasse nicht. Über das Thema haben wir uns heute schon hinreichlich unterhalten. Dass ich das sehr gerne sehen würde. Wenn er halbwegs vernünftige Achsen, also wenn die sich entwickeln würden und dann auch die richtige Form bekommen würden, dann würde ich ihn direkt versuchen in die Classic Physik zu stecken. Aber der Chris, der möchte glaube ich in der Mens Physik bleiben. Die Klasse dahinter auch sehr gut. Und da hat er natürlich auch die größten Chancen sich da einen Namen zu machen und dementsprechend weiter vorne zu platzieren demnächst. Vielleicht mal eine Anschlussfrage von mir. Wie sieht die Saison 2024 bei dir aus? Schon was geplant? Ja, also ich habe auf jeden Fall vorhin früher zu starten. Und vielleicht, weil ich eh gerade schon einen Wettkampf planen. Nee, als Wettkampf stehen die Menschen noch nicht fest. Also ich denke mal so, Frühjahr werde ich auf jeden Fall machen. Und Herbstsaison, also ich habe eigentlich vor, komplett durchzumachen. Also das fällt für mich nicht schwer. Auf Kuhdeutsch gesagt. Und das ist ja mal gucken. Also ich habe Bock. Das ist komplett der, wenn es möglich ist, wenn es der Kohl mitmacht. Welche Lebensmittel würdest du Chris zum Zunehmen empfehlen? Naja, ich würde tatsächlich Milcheiweisprodukte, Kartoffeln, Nudeln, Querbeet, volles Fund rein. Aber er hat schon gesagt, er ist so mehr der Süßkartoffel-Reis-Liebhaber. Und will jetzt auch nicht so außer Form geraten. Weil das Problem bei Chris ist ja nur, er ist gewichtslimitiert in seiner Klasse. Und es nützt ihm nichts, wenn er jetzt auf einmal, was weiß ich, rund 20 Kilo wiegen würde und dann wieder auf 80 Kilo runtergehen muss. Das wäre einfach zu viel Belastung für den Körper. Es wäre unnötig. Und deswegen, wie gesagt, wenn er sich, wenn das ja ein Wohlfühlgewicht jetzt ist und er schon so viel isst, dann würde ich da tatsächlich nichts weiter verändern. Also denke, du stimmst mir auch zu, oder? Ja, auf jeden Fall. Gibt es viele, die trotz der schlassen Beine trainieren? Naja, ich denke mal trainieren wirst du ja auch. Vielleicht jetzt nicht so mit dem Fokus, wie das andere Bodybuilder machen. Aber das ist ja nicht so, dass du die gar nicht trainieren sollst. Weil das sieht man ja in der Hochzeitshose, würde ich gerade sagen. In den Boxershorts ja auch. In den Boxershorts ja auch. Ja, also und Henke mal unterschenkeltechnisch und so ist er ja jetzt auch nicht so schlecht aufgestellt für seine Klasse. Also was mich halt nur ankotzt ist, die ruten da oben. Die sehen aus wie verkehrt einmal in den Arsch gesteckte Teile, das nervt mich voll. So, liebe Grüße an Christ von Flo, wie ich vorhin gesagt habe. Flo rettet mich ja wieder. Meinst du Heiko hat noch Potenzial in der Menzphysik zu starten? Na Logo. Zimmer. Warte, was dann an Abfahrt. Zumindest, wenn ich dann 30 Jahre unter der Herde gelegen habe schon, dann könnte er mich ausbuddeln, dann passe ich in die Klasse rein. Kommt vorhin ins Gewichtssimmel, oder? Genau. Das ist vielleicht ja nicht ganz so hübscher, aber zieht er mir ne Schwarz an, stellt mich da hin, gewinne ich dir Scheißdenke. Seit wann ist Chris mit Super-ERAs unterwegs? Er war ja mal GNBF und hat abgeräumt. Hast du ja? Ja. GNBF-Athlet? Ja. Bei den Schwuchtelfeiern hast du. Bei den Schwuchteln. Jiii, geh mal auf eine andere Bank, Alter. Ja. Ne, wie lange unterstützt du schon, wenn man… 2020. Seit 2020. Ja. Oder 2022. Ja. Das ist gut. Also drei Jahre ca. Round the Bond. Okay, das ist ne korrekte Antwort und ne ausreichende vor allen Dingen. So, was hat Chris Tipp an alle heranwachsenden Athleten bezüglich Training, Ernährung und Extras? Herr Flo, hast du dich aber schon besser ausgedrückt, aber was hast du deine Tipps an junge Athleten? Also ich denke mal, es sollen auf jeden Fall mal der Spaß mit dabei sein, weil ich denke mal, wenn du Spaß und Leidenschaft an dein Werk gehst, wenn du ins Training gehst, dann kannst du alles andere vergessen. Ernährungstechnisch einfach dich gut aufstellen zu lassen, weil am besten, wenn du im Körper noch nicht so viel Erfahrung hast, einfach einen erfahrenen Coach zu holen, wie zum Beispiel Heiko oder einfach jemand, der bei dir in der Nähe ist, wo du einfach, wo du weißt, der gibt dir gute Tipps, hilfreiche Tipps und auch Tipps, wo du umsetzen kannst, das sicher ein Tipps, wo für die Allgemeinheit ist und sagt, ey, kauf mir das oder das Trainingsprogramm, wo auf die Allgemeinheit ist und dann auf deinen Körper und auf dich zugeschnittene. Und ja, wie gesagt, also auf jeden Fall das Spaß und Leidenschaft, denke ich mal, sonst geht gar nichts in den Schwart. Ich sehe gerade den Spiegel hier an meiner Stelle, Alter, ich sehe so, ich mache jetzt auf Cindy Crawford so ein bisschen. Nee, das ist, da hat mir jemand der Zinker an die Macke gelabert heute schon. Deswegen, das ist der Abdruck davon. Wenn ihr die Wahrheit wissen wollt, da war ein Pickel und den wollte ich schlauerweise ausdrücken, nachdem ich mir die Fingernägelchen geschlitten habe, also gar keine Chance. Und dann nimmt der, der faule Bodybuilder nimmt eine Binzette und quetscht eigentlich nicht drum. Und ja, dann sieht das am Ende so aus. Aber die Frage ist gar nicht gekommen danach. Warum habe ich es jetzt beantwortet? Nur so, okay. Wenn Chris jetzt schon so in Form ist, muss er für die Show Muskeln verlieren. Also musst du viel Substanz verlieren oder geht nur dein Volumen runter? Wenn du jetzt, 17 Kilo ist ja jetzt ein ganz schöner Knüppel eigentlich. Ich denke mal, Fett hängt. Ja, das wäre das Erste, was mir zu dir einfällt. Fett auf jeden Fall. Fett hängt jetzt nicht so viel dran. Setz dich auch mal ein Stück. Mein Arzt hat mir jegliche Form von Fett verboten. Geh mal ruhig. Ich schicke gleich von der Bank hier. Nee, aber stink mal so. Ja, also jeder, der ihn von der FIBO kennt, weiß, dass er einfach einläuft und dann noch kranker aussieht. Aber die Proportion, das bleibt alles so gleich, das ist schweinehart. Ja, ich habe ja, wie gesagt, den Formcheck gemacht. Im unteren Rücken hat man ja auf Season normalerweise so, das ist bei ihm ein Millimeter. Das ist nix, also das ist schon alles komisch bei ihm. Entzieht sich meiner Kenntnis so. Komisch wie ich auf gut gucke. So eine Auf-Season entzieht sich meiner Kenntnis. So hast du Chris schon vor Smile-O-Docs verfolgt? Nö, ich verfolge. Ihr wisst doch alle, dass ich Mensch, Physik interessiert mich null eigentlich. Und dadurch, dass wir ein paar gute Athleten bei Smile-O-Docs haben in der Mensphysik, seitdem interessiere ich mich natürlich auch. Genau wie Rico Lopez Gomez oder Tobi Rashid. Wie? Rashid. Rashid, Tobi Rashid und Chris. Das sind so die drei, die ich jetzt spontan auf dem Zettel habe, die bei uns sind. Wobei der Chris glaube ich tatsächlich der Krankeste ist von allem. Was? Würdest du dir für Chris eine Mensphysik-Show angucken? Nö. Ne, so viel Freundschaft empfinde ich dann doch nicht für ihn, dass ich mir den Quark reinziehe. Aber, was soll ich sagen? Das hat nichts damit zu tun, ich mag ihn als Typ gerne leiden. Brutal. Aber ich kann es mir nicht angucken. Ich würde dir von unten dann noch ein Surferbrett zuwerfen, dass dann auf der Bühne noch ein paar Gäle Moves machen können. Mit dem Surferbrett oder so. Ne. Es sei denn, er bittet mich nicht drum und sagt, Ey, Aiko, ich habe keinen Betreuer und ich gebe dir eine Million. Und dann würde ich ihm sagen, ja, okay. Okay, dann muss es halt so sein. Gehst du mit der Badehose auch baden oder ist die nur für die Bühne? Da gibt es eine witzige Story dazu. Erzähl. Ali Kande, mein Profi-Debüt. Da bin ich voller Bühne mit Wettkampffarbe. In der Hose direkt ab ins Meer. Habe da meine Farbe abgewaschen, bevor ich ins Hotel bin. Du erzählst bloß, dass ich den Grünen alles versaut habe. Aber das Salzwasser ist ja sehr hilfreich dabei. Also, Frage beantwortet, er geht mit seiner Hose auch baden. Adium funktioniert zur Badehose. Nehmen Badehosen weniger Stoff als die dicken Jungs? Lass den da so blöde. War eine ernsthafte Frage. Okay, nächste Frage. Ich hab's dir nicht. Vielleicht mir auch selber, wenn du zu blöd hast. Hast du die? Hast du die verstanden? Ja. Aber los, deine Antwort. Ja, also ich denk mal, ich kenn ein paar Leute, die mehr nehmen wie offene Jungs in der Badehose. Ich dachte, das ist auf die Hosen bezogen. Deswegen hab ich den Faden verloren. Ach, alles klar. Ich behaupte genau das Gegenteil, nehmen alles zurück, Alter. Jetzt, okay, nehmen Badehosen, dann mach doch, sprich doch in ganzen Sätzen und wirf den Kalle nicht so der Herodlyphen zu. Ich bin ein Oldschooler. Ich verstehe noch vollständige Sätze im Gegensatz zu den Jungs, die sich nur noch mit Abkürzungen anreden, Alter. Alter, alles klar, nehmen in Badehose weniger Stoff als die dicken Jungs, okay. Also, du kennst Jungs, die nehmen mehr. Das ist ja wie bei den Amateuren, also in den Gyms wird teilweise mehr Stoff genommen wie Wettkampfathleten, hab ich auch schon gehört. Allerdings sind das Wettkampfathleten, die noch lange nicht meinen Stoffplan gesehen haben von meiner Prime, also von meiner Peak, das höchste. Also, ich könnte mir auch vorstellen, dass es da Jungs gibt, die da ordentlich reinschaufeln, weil die sind ja, die meisten sind ja genetisch limitiert. Die müssen ja sowieso gucken, dass sie erst mal so aussehen wie so ein Menzphysikathlet. Und das ist schon echt eine Schande. Und dafür sich vollstoffballern, das ist schon kranker, als wenn sich so ein dicker, fetter Sack vollstoffballert, ist meine Meinung. Weil da macht es ja dennoch Sinn, weil man ja auch was sieht. Ein kleines Kastenmännchen aus der dritten Klasse, die da rumrennen. Gut, haben wir das Thema auch erledigt. Seid ihr beide ein Fan von jeden Tag Bauchtraining? Bei mir sieht man es ja wohl. Ja, das ist ja logisch. Ich traine jeden Tag. Ja? Jeden Tag. Also, lieber Flo, meine Athleten müssen auch jeden Tag Bauchtrainieren. Ob sie das machen, weiß ich nicht, aber sie haben vor jedem Training eigentlich meistens sieben Sätze von mir auf dem Trainingsplan zu stehen. Und das recht sich nach hinten raus auf den Wettkampf, kann man das deutlich sehen, wer das gemacht hat und wer nicht. Glaube mir einfach. Das ist so. Selbst meine Athletin Katja Nowak, die das so zelebriert, hat immer mit einer der besten Mittelpartien, egal bei welcher Profi-Veranstaltung die steht. Und das ist halt, weil ich kontrolliere dann auch meistens nach, ob es so ein Alibitraining ist, oder nicht meistens, ab und zu, oder ob da wirklich Gas gegeben wird. Weil viele verfallen in so eine Routine. Ich mache jetzt ein paar Satze Bauch. Bauch wird genauso trainiert wie alle anderen Muskelgruppen. Also, das möchte ich von meinen Athleten. Wie gesagt, ob sie es umsetzen, kann ich schwer nachvollziehen. Aber bei Katja weiß ich es zum Beispiel. So, und du auch hast ja gesagt jeden Tag. Alles klar. Bei Chris gibt es vielleicht noch anzumerken, der Chris, der hat ein relativ unorthodoxes Training oder Trainingsstil, weil er geht wirklich zwei bis drei Mal am Tag ins Gym. Weil ihm das Spaß bereitet. Also, er nimmt das sehr ernst. Er ist Bodybuilder mit Leidenschaft, was wieder meinen Respekt abverlangt. Deswegen verstehen wir uns auch so gut, weil er ist kein Erzählonkel, also eine Quatschtante, sondern er zieht wirklich durch. Also, er hat da Bock drauf. Und das finde ich geil. Er erlebt den Bodybuilding-Lifestyle, so wie man das war, auch wenn er in der Micky Moos-Klasse ist. Aber das ist halt, weil er ein Fischer ist deswegen. Was ist Chris' Geheimrezept, um die Form so zu behalten? Na jetzt, auch Flo wieder. Flo will alles von dir wissen, Alter. Flo, schreib doch mal eine PN an ihn. Nee, danke für die Fragen, Flo. Ja, was ist dein Geheimrezept? Also, Genetik, Stoffwechsel. Nee, also hauptsächlich, muss man sagen. Duretika, HGA. Gott geht's nicht gut, ne? Prenn-Mullo. Da war ja alles durch. Nee, also ich muss sagen, wenn man meine Form auch kennt, bevor wir 2020 angefangen haben, also ich bin halt schon abgesegnet von der Genetik her. Ja, aber warst du nicht mal der, der auch Essstörungen hatte? Ja. Der mal fett war? Der war mal fett, der Typ, könnt ihr euch vorstellen. Das darf man nicht vergessen, aber das ist, glaube ich, auf einem von deinen Videos zu sehen, ne? Also ich war erst magosüchtig, dann habe ich mich komplett fett geförsen und dann einer mit Kaffee, also eigentlich schon alles durch. Also checkt mal die YouTube-Channel von Chris ab. Ist das auf deinem oder aufs Melodoc-Channel? Nein. Checkt mal die Videos ab, dort erzählt er mal ein bisschen was zu seiner Story. Und es ist wirklich sehr, sehr interessant, wie so ein Fettsack so aussehen kann, Alter. Nach reichlich Training. In der Kamera sitzen wie gerade so ein Paradebeispiel, Alter. Ja, stehen Sie. Aus wie so ein Sack Muscheln hier mit einer Mütze auf, Alter. Waren Sie? So. Gibt es eure Meinung nach Unterschiede im Training Bodybuilding, Men's Physik, äh, ja, Men's Physik, außer kein Bein-Training? Flo. Also mit dem kein Bein-Training, das haben wir ja geklärt, dass er es jetzt nicht so ernst nimmt. Er bastelt es irgendwo mit rein und teilt es dann auch noch, ne? Aber ich habe meine Meinung dazu dem Chris gesagt, er kennt sie. Ich würde es gut finden, wenn er da mal separat guckt, was geht. Also wenn er die Beine einfach mal genauso viel Aufmerksamkeit schenkt wie dem Oberkörper, wenn das umsetzbar ist für ihn. Aber dann denke ich mal, ich habe ja heute ein Training auch mit ihm absolviert. Das wird auf meinem YouTube-Channel zu sehen sein. Ähm, der Chris, der kann schon abrufen, wenn man ihn peitscht. Also er trainiert wie ein Bodybuilder. Er trainiert leidenschaftlich, aber er steckt sich seine Grenzen etwas zu früh und trainiert gerne mal einen Tick zu leicht. Ähm, ich denke mal, wenn er das ändert, da würde sich auch ein bisschen was in der Struktur verändern. Von der Form her kann, also besser habe ich es eigentlich noch nie gesehen. Ich verfolge ja nur noch den einen oder anderen Spitzenathleten da, aber sowas Krankes habe ich halt noch nicht gesehen von der Form her. Aber wie gesagt, das Training, er muss ja auch alles trainieren, er muss schwer trainieren. Er ist halt nur vom genetischen Index her limitiert er sich oder ist limitiert. Er holt das Optimale aus sich raus, gibt ja sowas, weil es kann ja nicht jeder 150 Kilo wiegen, wenn er will und das geht halt nicht. Da muss die Natur mitspielen und eine Freigabe geben und die Freigabe erteilt sie ihm halt nicht. Die Natur sagt, du musst hart wie eine Sau sein, Alter. Kannst du dir irgendwann mal vorstellen, die Tasse zu wechseln? Boah. Aktuell nahe, aber ich denke mal in Zukunft schon. Ja, war ja eine klare Antwort. Finde ich gut, dass du die Einstellung hast, weil das hat ja auch was mit Weiterentwickler zu tun. Ja, genau. Benutzt Chris jeden Tag Booster, Fettburner, was ist deine Meinung dazu? Also meine Meinung, ich kann dazu nicht sagen, aber wir können ihn mal fragen. Lieber Chris, benutzt du denn bei jedem Training Booster und Fettburner? Also Booster, wenn dann nur Punktbooster. Also es stimuliert mich, ich komme nicht raus. Also Koffein und so, kann mich hier so gucken, so minimal wie es geht zu arbeiten. Ohne Fettburner, ja. Legate, ja. Also wo einfach den Stoffwechsel jetzt noch mehr anregt. Ja, so von Supplement-Herstellern, ganz normale Sachen, ja. So, habt ihr eine klare Antwort? Also Pump-Booster und reguläre Fettburner. Nimmst die in jedem Training, ja? Ja. Also, und die gibt es übrigens auch im Shop von Neosatz mit Kurt Chris. Ja. Ja. Welches Training ist sinnvoll nach 65 Kilo Gewichtsverlust? Poh, das ist ja, das ist ja wieder mal so eine, extrem unterfleischt. Behalt dein Cardio weiter, achte auf deine Ernährung. Das ist, glaube ich, erstmal das A und O, würde ich sagen. Da sind wir uns sicherlich auch einig. Und Training, ich würde einfach ein Muskelausdauertraining bevorzugen, weil ich weiß nicht, ich denke mal, du bist kein Bühnenkandidat. Und nach 65 Kilo Gewichtsreduktion hat man natürlich auch einen gewissen Hautüberschuss. Das muss ja am Ende auch alles passen. Und wenn du Bodybuilding machen willst, dann mach's. Dann hab Spaß dabei. Trainiere, wie du Lust hast und Laune hast. Bewege Gewichte, versuch so kontrolliert zu bewegen. Und dann gibt's da kein Rezept. Probier dich aus. Es muss Spaß machen am Ende. Und die 65 Kilo Gewichtsverluste, die soll ja nicht umsonst gewesen sein. Das war's gewesen. Ich würde sagen, bleibt uns nur noch zu bedanken bei euch für die Fragen und fürs Zuschauen. Wenn ihr von Chris irgendwelche Sachen wollt, geht mal auf sein Instagram. Chris Baumann, ganz simpel. Chris Baumann. Und ansonsten sein YouTube-Channel. Und bei Smyrlox ist er auch vertreten. Er ist Teamkollege von mir. Und ja, dann Peace and Love, Rock'n'Roll. Haut rein Freunde, bis zum nächsten Mal.